600 Jahre Atzelgift, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Wir laden Sie ein. In der Marienstädter Straße, Metzgerei Nolden. Möbel Hüsch. Der Friseursalon Elisabeth Mann. Und der Partyservice Lucullus. Jedes Ding hat seine Zeit. Und dass die Zeit von Atzelgift noch längst nicht abgelaufen ist, werden Ihnen die Atzelgifter schon noch zeigen. Denn sie freuen sich auf Ihren Besuch. Genauso wie diese beiden. Und das Gasthaus Weißhaar in der Ringstraße. Die Kramer GmbH im Gewerbegebiet Atzelgift. Das Haarstudio Hiltrud in der Ringstraße. Warbineck Kanalreinigung im Gewerbegebiet Luckenbach. Und die Zimmerei Erich Jung im Gewerbegebiet Atzelgift. Kommen auch Sie vom 31.05. bis zum 3. Und die Zimmerei Schauspieler weibring dem Weg schon noch nicht mehr. Und das ist in der Ringstraße. Und das ist in der Ringstraße. Und die Zimmerei Schauspieler weibringen. Und da diese Zimmerei.